Filia ist ein humanoides Wesen, das einer blasshäutigen Frau mit langen, welligen, rosa Haaren, hellrosa Haaren und unkennend konventioneller Kleidung und Accessoiren ähnelt. Sie trägt oft ein langes, weißes Kleid mit einem goldenen Seil um die Taille, goldene Armbänder und ihre Handgelenke und ein goldenes Halskleid mit einem rosa Juwel in der Mitte. In der Mitte ihres Kleidens befindet sich ein großes, herzwäufiges Juwel. Sie wurde mit einer weißen Schleier, einer Krone aus rosa oder einem goldenen Kopfschmuck gesichtet. Der ein paar Flügel ähnelt, die ihren Kopf schmücken. Filia besitzt ein großes Paar Flügel, die es ihr ermöglicht, mit hohen Geschwindigkeiten zu fliegen, die sie nach Belieben manifestieren und dematerialisieren kann. Sie trägt jederzeit ein großes, rosa Stab bei sich, der mit einem Satzfeil und einem Bogen verwandelt werden kann. Sie behauptet jedoch, diese Waffen selten zu benutzen. Ihre Anwesenheit in einem Bereich kann leicht durch ein süßes Aroma von Blumen und Süßigkeiten ein plötziges Gefühl des Friedens angezeigt werden, das sich auf alle mit ihrem Raum anwesenden Personen ausbreitet. Filia verwendet ihre Pronomen. Sie präsentiert sich als weiblich, obwohl ihr Geschlecht aufgrund ihrer Natur nicht auf die gleiche Weise biologisch bestimmt ist, wie das bei Menschen. Im Gegensatz zu Menschen behauptet sie, dass sie keine Nahrung braucht, um zu überleben. Ihr fehlen völlige innere Organe und sie kann nicht bluten, sondern setzt stattdessen eine Substanz frei, die einem rosa Nebel ähnelt, wenn sie verletzt wird. Theorisiert, dass es sich um die kondensierte Form der Lebensenergie handelt. Darüber hinaus behauptet Filia, dass ihr Körper in der Lage ist, sich schnell zu regenerieren, mit der Fähigkeit, jeden toten, kranken oder fehlenden Teil mit Leichtigkeit zu ersetzen. Daher hält der große Schaden ihr Zugriff für nie lange an und sie kann sogar jeden Teil ihres Körpers nach Belieben entfernen und neu erschaffen. Ihre Heilkräfte, die sie als Wiederherstellungsfähigkeiten bezeichnet, haben eine neutrope Wirkung auf die Materie. Sie ermöglicht es, ihr Wunden zu heilen, Gliedmaßen nachzuwachsen, sich entwickelnde Krankheiten rückgängig zu machen und sogar zerbrochene Objekte zu reparieren. Filia hat eine beruhigende Wirkung, die sich durch ihre Aura um sie herum manifestiert, als die sie nach Belieben kontrollieren kann und die feindselige Wesen um sie herum fügsam und freundlich macht. Ihre charmanten Fähigkeiten kontrollieren mit ihrer Verbindung mit Liebe, wie sie sie beschreibt. Sie hat die Fähigkeit, jemanden davon zu überzeugen, ihrer Anweisung zu folgen, aber sie benutzt sie immer nur um Notsituationen und scheint es überhaupt nicht zu mögen. Schließlich ist Filia in der Lage, rosa herzfimmige energetische Schilde zu beschwören, die gegen eine relativ hohe Kraftresistenz sind. Sie kann auch ihre Pfeile verwenden, um die sie herum vorübergehend einzufrieren und zu beruhigen, obwohl sie keine Schmerzen oder Verletzungen verursachen. Filia existiert ergeblich seit alten Menschen, die Backrooms bewohnt haben und vielleicht sogar früher. Es gab in der Vergangenheit zahlreiche Verweisungen auf sie durch Skulpturen, Illustrationen, Wandmalereien und sogar schriftliche Dokumente oder Gedichte. Schon vor einigen Jahrhunderten. Diese Aufnahmen wurden von den Lost gut erhalten, die behaupten, dass sie einst als Göttin in ihrem Pandion verehrt wurde. In der Religion der Fall Lost wurde Filia als die Göttin der Liebe beschrieben. Die Jahrhunderte lang mit ihren Gefährten koexizierte, bevor der angebliche Untergang der Götter sie alle trennte, worauf alle formellen Anbetungen von Filia aufhörten. Wie bei anderen Wesen, die spekuliert wurden, eine Verbindung zum Pantheon oder den Lost zu haben, wird theorisiert, dass die alten menschlichen Bewohner von Backrooms Filia aufgrund ihrer Machtniveaus, das sie besaß, und ihrer Unfähigkeit, sie etwa anderem als eine göttliche Natur zuzuschreiben, als Göttin wahrnehmen. Filia hat solche Behauptungen weder abgeschritten noch bestätigt. Die Lost hat einen Artikel erstellt, der mit Informationen geschrieben wurde, die im Laufe der Jahre vor ihrem Vorfahren gesammelt wurde, was Filia als ein Wesen durch diese Linse der religiösen Perspektive der Zeit beschreibt. Filia wurde als eine einvernehmliche, freundliche und selbstlose Person beschrieben, berichten zufolge, hat sie im Laufe ihres bestehenden Tausende von Menschen geholfen, indem sie mit ihren heilenden Fähigkeiten einsetzt, um verletzte Wanderer zu behandeln, Gruppen beim Sammeln von Vorreden zu unterstützen oder der Meck, die alle Möglichkeiten zu geben, feindliche Entität auf Nesanir zu studieren, indem sie sie befriedet. Filia ist auch freundlich gegenüber Entitäten. In der Tat scheinen sie das Verhalten, um sie herum, schnell zu ändern. Die meisten werden selbstfügsam und freundlich und werden so lange wie möglich bei ihr bleiben wollen. Sie wurde oft mit Hounds oder Smilers in ihrer Seite gesichtet, die durch ihre Anwesenheit völlig beruhigt zu sein schienen. Die meisten Entitäten, die sich Filia nähern, werden es auch vermeiden, Menschen anzugreifen. Darüber hinaus hat Filia erklärt, sie nicht in der Lage, ist irgendeine Form von Groll zu empfinden, die sie in ihren eigenen Worten mit nur Güte im Kopf existiert. Sie zieht es vor, jedem, der sie verdient, eine zweite Chance zu geben und vermeidet oder versucht im Allgemeinen Konflikte und Argumente zu verhindern. Sie behauptet, sie sei sehr besorgt über Argumente, die um sie herum stattfinden. Filia ist auch eine selbstannte Passivistin und Vegetarierin, obwohl sie kein Essen braucht. Wann immer sie beim Essen gesehen wird, stellt sie sich immer sicher, dass kein Fleisch dabei ist. Filia bringt oft Geschenke zu den Menschen, die sie magt und sagt, dass Geschenke immer zu den Vorlieben des Empfängers passen. Viele gaben an, begabte Kleider, Juwelen, handfertigte Gegenstände oder Backwaren zu erhalten, die Filia persönlich kreierte. Sie beschrieb sich auch als Träumerin, die oft in ihre Gedanken verloren geht, besonders in romantischen. Es wird bestätigt, dass Filia Beziehungen zu den meisten, wenn nicht allen Wesen hat, von denen spekuliert wird, dass sie irgendeine Assoziation mit dem Pantheon der Lost haben. Wann immer sie darüber gefragt wird, beschreibt sie alle als ihre größten Gefährten und Freunde. Sie wird immer noch gesehen, wie sie in der Gegenwart Zeit mit den meisten von ihnen verbringt. Olivia, mein schöner Ritter und Freund. Sie ist seit kürzerer Zeit an meiner Seite als die anderen, aber sie ist mir immer so lieb. Sie ist entschlossen und beschützt. Ich wünsche nur, ich hätte sie früher retten können. Val, ihre Musik ist die beste. Sie sind ein gutherziger Mensch. Ich bin froh, dass sie einen wahren Freund in Olivia gefunden hat. Ich habe es gut gemacht, indem ich sie geschickt habe, um sie zu überprüfen, als sie zum ersten Mal ein Avatar wurde. Ich bin stolz darauf, wie weit du gekommen bist. Fingari, ich vermisse sie wirklich. Ich möchte nur, dass sie endlich glücklich sind. Keymaster, ach, er ist ein liebenswerter. Er ist ein bisschen ein ruhiger Bücherwurm und er ist sehr nett, in der Nähe zu sein. Ich versuche mein Bestes, um so viel wie möglich mit ihm abzuhängen. Auch wenn die Version von ihm, die ich kannte und schätze, weg ist. Er ist immer noch jemand, der mir wichtig ist. Mit oder ohne diese Erinnerung. Kusim, ein Mann, der viele Fehler gemacht hat. Jedoch habe ich mich entschieden, ihm die Chance zu geben, sich selbst zu erlösen. Er war nie ein schlechter Mann, aber er wurde von seinen Trauern mitgerissen. Es führte ihn dazu, alles aufzugeben und vor der Katastrophe zu entkommen, die er geschaffen hatte. Ich ärgere mich nicht über ihn. Stattdessen wünsche ich mir, dass er glücklich sein kann. Wie Kusim hat er in seiner Vergangenheit viele Fehler gemacht. Er hat niemanden, der ihn anleistete und ihm halfen. Er war verzweifelt. Jetzt ist er mit Olivia verheiratet. Sie sind glücklich. Er hat endlich für seine Sünden gesündigt. Er hat ein Eid abgelegt, alle Menschen zu schützen. Und ich bin froh, dass er seinen wahren Zweck gefunden hat. Vincent, ich habe gehört, dass er einen Freund hat, auf der er sich jederzeit verlassen kann. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, aber ich weiß, dass er ein guter Mann ist, der viel durchgemacht hat. Ich bin froh, dass er trotzdem Glück gefunden hat. Blanche, Lady Blanche, sie ist dieinige, die ich am meisten bewunderte, da sie sowohl raffiniert als auch freundlich ist. Sie ist eine meiner besten Freundinnen und ich besuche sie oft. Wir veranstalten oft Tee-Partys. Kirai, meine beste Freundin Kirai. Sie mag etwas einschüchternd oder gemein aussehen, aber sie ist so ein totaler Schatz. Sie kümmert sich wirklich um mich und versucht wirklich ihr Bestes, um zu helfen. Sie ist kein schlechter Mensch und ich wünsche, die Leute würden sie nicht schlecht beurteilen. Pillarscribe, arme Seele, er hat so viel gelitten. Ich wünschte, ich könnte ihm richtig helfen, aber ich werde ihn nie sehen. Er wird von den meisten von uns ferngehalten. Divius, ich habe AM bei der Reha geholfen und die Dinge laufen ziemlich gut. AL braucht Hilfe und sollte sie nicht schämen, danach zu fragen. Keine Sorge, ich werde auf der Seite sein, egal was passiert. Der Alchemist, sein Wissen und seine Intelligenz sind so beeindruckend. Ich bewundere ihn wirklich und schätze ihn dafür, dass er so geduldig mit Fengari ist. Er ist ein guter Mensch und Freund für sie, obwohl ich manchmal denke, dass er mich zu süß und anhänglich findet. Dark Sovereign, er ist eine starke Figur und ein guter Führer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er ziemlich einsam ist. Also versuche ich, jede mögliche Ausrede zu finden, um abzuhängen und ihm bei seinen Aufgaben zu helfen. Roter Ritter, Claudius, du hast mich immer beschützt und du hast mich immer um mich gekümmert. Ich wünsche, ich könnte all die Gefälligkeiten erbieten, die du für mich getan hast. Ich habe so oft das Gefühl, dass ich mehr für dich hätte tun sollen. Argos, schh, sag es ihm nicht, aber er ist ein absolut süßer Kerl. Ich mag sein hartes Äußeres und sein kalte Manieren. Die vom Inneren ist da ein Schatz, der sein Bestes gibt, um langsamer zu werden und zu lernen, wie man freundlich behandelt. Ich hilfe ihm schon in Ewigkeit als Schirmherr und Mitglied der Sons of Guild. Game Master, sie ist definitiv ein bisschen beängstigend, aber ich habe einen Blick gleich mit ihr. Ich kenne sie nicht gut, aber ich möchte mit ihr sprechen. Puzzlemaker, er ist wie ein Sohn für mich. Sobald ich von seiner Existenz abfuhr, nahm ich ihn unter meine Fittiche. Er ist jetzt glücklich, wir sind eine Familie. Ich schätze ihn wirklich sehr und hoffe, dass ich ihn richtig schützen kann. Mein Gott, ich möchte gerade sehr wenig dank apoyo, dass wir von Amazon verure legen. Vielen Dank.